So, ich bin jetzt hier zur Maruhiro-Koi-Farm gefahren. Was ihr hier seht, ist dieser berühmte runde Teich, dieses frühere Onsenbecken, was umfunktioniert worden ist, zu einem Koi-Showbecken. Maruhiro ist der jüngere Bruder der großen Marusai-Koi-Farm. Yoshiyuki ist der ältere Bruder, der die große Farm übernommen hat. Maruhiro hat daraufhin hier dieses Anwesen gekauft bekommen. Wie gesagt, ein altes Onsenbecken, ist noch mit türkisblauen Fliesen gekachelt. Und da zeigt er so seine Topfische drin. Ist auch so, ist wirklich ein Topfische, ist ein ganz ausgefallener Züchter. Er macht sehr vieles selbst, er züchtet diese Lemon Ojiba, wie er sie nennt, was praktisch ein Kawari Mono Shoba ist, also statt Rot-Braun, statt Weiß-Grau. Er macht ganz außergewöhnliche Snow-Asagi, Ginrin-Asagi, er macht richtige schöne Ki-Utsuri, die auch groß werden, richtig heranwachsen. Er hat hunderschöne Ginrin-Ki-Utsuri, schöne Ginrin-Kohaku, sehr sehr schöne Asagi, Karashi-Goi, Ginrin-Karashi-Goi. Oshiba ist Ginrin-Oshiba. Er macht auch außergewöhnliche Kumon-Rio, Matsukawa-Bark, er hat Tancho-Shova, er hat Showa, er hat Sanka, er hat Chin-Shova. Also hier findet man wirklich ganz verrückte Fische, außergewöhnliche Sachen. Auch so ein paar Sachen mit Kanoko-Muster, was er großzieht, oder rote Matsuba mit noch Ginrin mit drin oder Kuchaku mit Ginrin mit drin, aber auch ein paar Deutz-Shova sieht man auch noch dabei. Shiro-Utsuri, also wirklich ein Sammelsurium an ausgefallenen Fischen. Alle recht groß, schön, breit ausgebaut. Auch mit Farbfutter etwas mehr auf den Finish gebracht, als die Tiere, die man von der Marusei-Farm kennt. Ich gehe jetzt hier mal mit euch rum, dann seht ihr auch die Dichte vom Fischbesatz in den anderen Becken, ist auch sehr ähnlich wie bei der Farm seines Vaters, die jetzt der ältere Bruder betreibt. Hier unten geht es dann weiter mit kleineren Becken, mit Nisai. Ihr seht diese typischen Boxnetze, wo dann der Einkauf von jedem Händler hineinkommt, bis er dann von seinem Großhändler, von seinem Schipper abgerufen wird und verschickt wird nach Europa oder sonst wohin, überall in die ganze Welt. Ich denke, das ist so ein kleiner Rundblick, der euch einen guten Überblick über das alles verschafft und die Treppe hoch, hier oben im obersten Stock, ist dann wieder dieses runde Onsenbecken. Ich selbst bin heute hergekommen, um einen ganz ausgefallenen Kumonrio für einen Kunden zu bestätigen. Den habe ich letzte Tage schon gezeigt auf meinem YouTube-Account und ein Kunde von mir sagte, den möchte er haben. Jetzt bin ich hier, um den Fisch rauszufangen und zu bestätigen und für einen weiteren Kunden noch einen schönen gelben Uzzurri rauszusuchen. Ich hoffe, ich habe da auch schon einen im Auge. Mal schauen, ob das klappt.